Das ist ja okay, 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 Freunde, das ist Wikinger-Setting, jetzt, ähm, jetzt ist nur die Frage, ist das gleich hier, ist das deutsch, wir gucken einfach mal rein, Leute, wir gucken einfach mal rein, ich bin sehr gespannt, oh, was das ist, das Kattegat, Leute, ich gucke übrigens gerade wieder Vikings, ähm, Staffel 6. Sie sind herzlos. Alter. Gottlose Barbaren. What the fuck? Schön, die Nordlichter da hinten. Ey, wann kommt das raus, ich glaube, das müssen wir zocken, Leute, oder? Fühlt ihr es schon? Sie morden ohne jeden Skrupel. Sie verwüsten die Reiche Englands, unser Land, das sie niemals verteidigen oder gar lieben werden. Die Zeit ist gekommen, um zu antworten, in einer Sprache, die sie verstehen. Oh, Leute, wer hat Gänsehaut, ey. Stopp. Schilde! Alter, Leute, was geht ab? Das muss, wann kommt das raus, ey? Alter, was auch eine brutale Grafik, Alter. Boah, dieser Blick, Junge. Ey, das ist doch der Seher. Das ist doch der Seher aus Vikings, oder nicht? Orden ist mit uns! Ey, Leute, ohne Scheiß, wie krank das eigentlich ist, wenn man ja überlegt, dass es ja wirklich sowas damals gab, ne? Also so mittelalterliche Schlachten, stellt euch doch eigentlich, stellt euch das wirklich mal vor, ist ja völlig, völlig krank in der heutigen Welt, aber stellt euch doch mal vor, da stehen sich einfach tausend Leute gegenüber mit Echsen, Schwertern, Schilden und dann geht das los. Dann rennen die aufeinander und schlachten sich ab. Das ist unvorstellbar. Na klar, bitte, wer ist Hans Carsten da, der mal eben ein Schwert aus seinem Oberschenkel rauszieht und immer noch steht? Es kam gerade ein Kommentar, das gleiche wie heutzutage, nur eben andere Waffen. Genau, ist auf jeden Fall vergleichbar mit damals. Du kannst auf jeden Fall vergleichen, wenn sich tausend Leute mit Handwaffen gegenüberstellen, aufeinander, Auge zu Auge, in Kampfwagen bis aufs letzte oder ob Leute in der Stellung liegen und den machen. Blub, 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 blub. Das ist definitiv nicht vergleichbar, nicht mal ansatzweise. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Was heißt Conquer? Was heißt das? Erobere. Ah, erobern. Assassin's Creed. Wann, wann, wann? Ende 2020, Leute. Ende 2020. Jetzt vorbestellen. Ich mache gerade voll Werbung für das Spiel, merke ich. Was heißt hier? Assassin's Creed ist glaube ich so gar nicht meins. Da geht es um Wikinger. Da muss ich rasieren, wenn ihr wisst, was ich meine. Wollen wir dann eigentlich auch so, ähm, das, ähm, na genau, wollen wir so dann auch spielen eigentlich in dem Outfit? Alter, ey, geiler, geiler Trailer. Aber gut, das heißt ja, das denke ich mal im Laufe des Jahres, ähm, ähm, hoffentlich auch noch Gameplay-Trailer kommen, oder? Ey, da habe ich Bock drauf. Habe ich Bock drauf. Leute, ich glaube da, bei Wikinger, da müssen wir reingehen in das Game. Alter. 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 Alter.